Hey, wir sind Living aus Erding bei München und mit euch wollen wir was richtig Geiles auf die Beine stellen. Ja, vor knapp vier Jahren hat für uns alles angefangen, auf dem Münchner Sprungbrettwettbewerb. Seitdem haben wir zwei EPs rausgebracht, waren in ganz Deutschland unterwegs, haben mit Bands gespielt aus den USA, wie Augustine, Saint Motel, mit Sanze Zantos, England und ja, sind vor kurzem tatsächlich als bester bayerischer Newcomer ausgezeichnet worden. In letzter Zeit haben wir an neun Songs gearbeitet, die sind jetzt endlich fertig. Jetzt gehen wir ins Studio zusammen mit Messel, Nepi und Flo von Claire, um unsere neue EP Kimono aufzunehmen. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Um die Songs noch mischen, mastern, pressen und natürlich auch promoten zu können, fehlen uns noch 5000 Euro. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann könnt ihr euch eine neue EP von uns vorbestellen oder wir kommen zu euch ins Wohnzimmer und spielen ein kleines Konzert für euch. Oder ihr sichert euch eins von unseren Dankeschöns, wie zum Beispiel einen indonesischen Kochkurs mit Carlo und Kathi. Wir gehen zusammen Frift shoppen inklusive Styleberatung oder ihr lasst euch von Kathi eure Seminararbeit korrigieren. Jetzt wisst ihr Bescheid. Unterstützt unsere Kampagne auf Startnext und holt euch jetzt schon eure Kimono. Wir sind Erding aus Lübing und brauchen mehr München. Ich mach den Toncheck. Kabel kaputt. Kabel kaputt. A.O. A.O.